Ich komme jetzt gleich einmal weiter, wir haben wirklich nicht so viel Zeit. Es gibt ein paar Fragen von Redded Austria-Usern, die habe ich heute gefragt, ob sie etwas von dir wissen wollen. Du musst die Fragen nicht beantworten, aber es sind natürlich hier auch durchaus ein paar Satzstellungen dabei, die sehr provokant sind. Und ich habe einfach gedacht, probieren wir es. Und ja, du hast einfach die Möglichkeit, darauf zu beantworten oder auch nicht. Pelikan321 schreibt, was unterscheidet sie, ihrer Meinung nach, von einer geldgierigen Karrieristin, die sich von einer Partei aufstellen lässt, gewählt wird, dann ihre Partei ruiniert und ihr Engagement nach der Wahl auf Lippenbekenntnissen und Geldkassieren reduziert? Ganz einfach, diese Person, die jetzt vorgelesen wurde in der Beschreibung, das bin ich nicht. Ich identifiziere mich mit keinem einzigen dieser Attribute. Und wenn man mich kennt, dann kann man das offenherzig bestätigen, dass ich das nicht bin. Wenn jetzt die Partei Schaden genommen hat durch die Konflikte, dann gibt es viele beteiligte Personen. Und ja, ich bin eine der beteiligten Personen. Ich habe da eine Rolle, auch eine Verantwortung. Absolut, ja. Glaubst du, dass die mediale Berichterstattung hier auch sehr, sagen wir mal so, das Gesicht oder das Bild verzerrt? Finde ich gar nicht. Ich finde die mediale Berichterstattung in der Sache recht korrekt und im Großteil seriös recherchiert. Was das öffentliche Bild verzerrt oder was halt passiert ist, sind Zuschreibungen durch die Öffentlichkeit. Und ich habe auch schon einmal einen ganz heftigen Shitstorm erlebt und einen ganz sachten, weil nach meinem Rausschmiss, da hatte ich viel mehr positive Zuschriften dann bekommen. Aber ja, nochmal, die mediale Berichterstattung finde ich recht korrekt. Dazu die nächste Frage. HTS Scott Damasko schreibt, ist Ihr Verhalten nicht peinlich? Haben Sie keine Gewissensbisse, Sexismus zu verharmlosen, indem Sie Sexismus schreien, um sich von den Konsequenzen Ihres eigenen Handelns loszusprechen? Also, ich schreie nicht Sexismus in Richtung der Partei oder Club. Das habe ich nie gemacht. Wenn ich Sexismus in den Mund genommen habe, dann war das in Bezug auf den Shitstorm, den ich erleben musste nach der Veröffentlichung der Punktation im Juni. Und das waren derbe, sehr böse, wirklich zutiefst sexistische Zuschriften, die ich da erhalten habe. Das hat aber nichts mit dem Parlamentsklub zu tun oder der Partei. Das muss man ganz klar trennen. Die Vorwürfe, die es gibt Richtung Club, sind Mobbing. Und das ist fertig. 3Z, the last user, meint, wie war damals und heute Frau Bissmanns Meinung darüber, dass Frau Winter wilde Abgeordnete blieb und die Bezeichnung freie Abgeordnete einführen wollte, die Frau Bissmann nun selbst immer wieder verwendet. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Naja, der Begriff freie Abgeordnete oder wilde Abgeordnete, das eine wie das andere, beschreibt eine Rolle, eine Position. Und da gibt es unterschiedliche Menschen, die die übersetzen zu unterschiedlichen Zeiten. Auch ein FPÖ-Abgeordneter ist genauso ein Abgeordneter wie eine SPÖ-Abgeordnete. Ich bin da komplett emotionslos, was das betrifft. Das sind Begrifflichkeiten. Weder negativ noch positive Zuschreibungen. Kann man stehen lassen. Wie stehen die Chancen, dass eine der anderen Parteien sie noch vor 2019 aufnehmen wird? Spannende Frage. Ehrlich gesagt, das ist gar nicht wichtig für mich zurzeit. Ich konzentriere mich total darauf, meine Rolle als wilde Abgeordnete ganz neu zu beschreiben. Und ich hoffe, dass ich da viel Unterstützung bekomme aus der Bevölkerung und so eine Art Bürgerfraktion gründen kann. Und wenn das aufgeht, brauche ich vielleicht gar keine neue Partei. Dazu eine Nachfrage von mir. Du hast ja seinerzeit, wenn du schon bei Bürgerabgeordneten bist, auch eine Bürgerpräsidentin, wenn man so will, unterstützt. Im Gott Grieß. Du warst damals im politischen Beratungsteam, kann man glaube ich so sagen. Im Wahlkampfteam war ich eine Teamleiterin, ja. Und ja, könntest du dir eigentlich sowas vorstellen, so eine Art Bürgerliste? Es ist interessant hier, diesen Link zu zeigen, weil ich habe tatsächlich nach der Präsidentschaftswahl, also nach dem Ausscheiden von Irmgard Grieß, einige Zeit lang versucht, eine Bürgerbewegung zu gründen, mit Irmgard Grieß vorne dran. Aber es ist dann nichts draus geworden, aber da waren viele, Dutzende, ganz viele Menschen waren davon begeistert, von dieser Idee. Und irgendwie trägt mich die Idee heute auch noch. Aber als Bürgerbewegung bezeichnen sich die Neos auch und man hört so, dass es da gewisse Sympathien gibt. Also könntest du da eine Zusammenarbeit dir vorstellen, weil aufnehmen wollte ich ja die Neos aufgrund eines Parteibeschlusses nicht. Der jetzt nicht gegen dich gerichtet ist, muss ich auch dazu sagen. Ja, das war schon ein Jahr alt oder so der Parteibeschluss. Zusammenarbeiten will ich mit allen Fraktionen im Parlament. inklusive FPÖ, wenn das Sinn macht, für gewisse Anträge, für gewisse Initiativen. Was jetzt, also die Neos da jetzt besonders hervorzuheben, ist zu früh. Das ist einfach zu früh. Also ich werde Gespräche führen mit allen Parteien, wenn die Zeit gekommen ist. Okay, und dann fragt der selber Juso, also dreizeiter Last Juso noch, wie sie im Zweifelsfall bis zur nächsten Wahl wilde Abgeordnete bleiben. Wie stellt sie sich ihre Zukunft vor und glaubt sie, dass sie als wilde Abgeordnete nach der Wahl noch im Parlament sitzen wird? Ja, das glaube ich. Klar, ohne den Glauben hätte ich nicht durchgehalten, bis jetzt. Und da werden noch viele Herausforderungen kommen. Die Politik ist voller Fallen und Stolpersteine. Aber wenn man für was brennt, dann kann man Krisen gut überstehen. Also ich versuche das jetzt mal. Ich gehe da mit vollem Melan und Schwung rein und versuche da eine Bürgerfraktion aufzustellen und damit zu arbeiten. Und wenn ich sehe, damit komme ich nicht voran und komme ich nicht weiter, dann werde ich was anderes machen. Aber eins ist klar, die Klimathematik, die Klimakatastrophe ist jetzt endlich angekommen. Endlich in den Köpfen, endlich in den Medien, endlich in der Öffentlichkeit präsent. Und es brennt wirklich. Wir haben genau zwei bis vier Jahre noch, um die größten, schlimmsten Folgen zu verhindern. Die globale Klimawissenschaft ist sich da einig. Das sind über tausende renommiertesten Klimaforscher, die unter dem IPCC zusammengefasst arbeiten. Und das ist mein Thema. Also Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende. Das sind die Schalthebel. Und wann, wenn nicht jetzt, ist es wichtig, so eine Stimme im Parlament zu haben. Aber es ist klar, alleine bin ich machtlos. Deswegen ist das Gebot der Stunde für mich, Allianzen, Allianzen, Allianzen. In alle Richtungen, Richtung Zivilgesellschaft, den Branchenvertretern aus der Nachhaltigkeitsbranche, Klimaschutz und den Fraktionskollegen und Kolleginnen oder auch den Ministern. Okay. Also der Regierung. Ja, aber Fraktionskolleginnen und Kollegen hast du ja in dem Sinn nicht mehr. Nein, damit meinte ich Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen. Okay. Meine Fraktionskolleginnen zukünftig sind Bürgerinnen und Bürger. Aha, die Bürger sind deine Fraktion. Das muss ich mal merken. Gut, Portfreak, das sind ein paar Fragen, die haben wir schon quasi beantwortet. Aber das, was doch interessant ist, wie denkt Martha Biesmann, dass ihr Verhalten bei der Bevölkerung ankommt? Und war ihr bewusst, dass sie der Liste Pilz mit ihrem Link Schaden zufügt? Wenn ja, war ihr das egal. Wenn nein, bereut sie das. War das Wort jetzt Leak? Leak, ja. Es hat ja da Aussagen gegeben, dass du Sachen hinausgelegt hättest. Ich glaube, da bezog sich so auf die Affäre von Mena. Also es gibt bei Leaks zwei Dinge, die man klar unterscheiden muss in Bezug auf die Liste Pilz. Wir hatten lange Zeit ein riesiges Problem mit einem Maulwurf im engsten Kreis, also im Parlamentsklub. Von Januar weg hatte diese Person, oder es waren wahrscheinlich sogar mehrere, regelmäßig hochsensible Informationen, zum Teil aus geheimen Facebook-Gruppen, an die Presse gespielt. Und dann entstanden daraus Artikel, die uns wirklich geschadet haben. Diese Person wurde immer noch nicht identifiziert. Ich war es nicht. Auch wenn das Peter Pilz im Sommergespräch angedeutet hat, dass ich das gewesen sei. Eine Sache. Zweite Sache zum Thema Leaks. Der grund, der offizielle Grund meines Ausschlusses war ja, dass ich Informationen aus einer Clubsitzung weitergegeben hätte an Sebastian Bornmiener. Und ja, das habe ich gemacht. Weil ich das mit meinem moralischen Gewissen nicht vereinbaren konnte, das nicht zu tun. Weil in dieser Sitzung wurde Sebastian Bornmiener mit Klage gedroht. Und damit gedroht, ihn wirtschaftlich zu ruinieren damit. Und das habe ich weitergegeben. Und das ist das, was Peter Pilz jahrzehntelang tat. Also geheime Informationen weitergeben, wenn damit schlimmeres Unrecht verhindert werden kann. Und das war der Grund. So könnte man Liste Pilz, also LP, auch für League-Parteien missverstehen. Das ist jetzt wirklich lustig. Okay. Aber die Frage war, hat auch noch enthalten, ob ich jetzt ein, also der erste Teil war, ob ich ein schlechtes, wie das bei der Bevölkerung ankommt, mein Verhalten. Genau, wie dein Verhalten bei der Bevölkerung ankommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich kann das nachvollziehen, dass das irritiert. Das ist, das kennt man nicht, dass eine Politikerin im Amt so offen Missstände thematisiert. Oder sich so, ja, so anlegt mit ihrer eigenen Partei. Und die Konsequenzen trägt, die ich ertrage jetzt durch den Ausschluss. Möglicherweise wird mir Undankbarkeit zugeschrieben. Ja, also es gibt so eine ganze lange Liste an negativen Attributen, die mir zugeschrieben werden. Ja, damit muss man leben. Das ist in der Politik oft so, man kann es nicht allen recht machen. Und ich bekomme auch viele positive Zuschreibungen. Standfestigkeit, Mut. Ja, Herz. Ja. Und Beugsamkeit. Also ich bin ganz klar mit dem Vorhaben, mit der Absicht in die Politik gegangen, mich nicht zu verbiegen. Also das hat seinen Preis. Verständlich. Abschließend zu dieser Rubrik noch. Keller Kellner schreibt, was sagt Martha Biesmann zum Comeback von Landbauer, also dem ehemaligen FPÖ-Spitzenkandidaten in Niederlöserreich? Die FPÖ hofft wohl auf das schnelle Vergessen in der Politik. Mich wundert es, dass es nicht größere Wellen schlägt an Empörung. Aber die Skandale, die sich auf der Bundesebene so durch die Regierung ziehen, sind wohl weitaus größer. Dass es nicht wirklich so großen Niederschlag findet. Also es ist unerhört. Es ist wirklich ein Skandale, wie es war zu erwarten. Okay. So, das waren einmal die Reddit-Fragen. Jetzt sind wir noch ein paar Fragen über. Wir müssen noch auf die Zeit schauen. Ich schalte mal kurz die Kamera ab. Und dann gehen wir ins Finale. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.